Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe hier aus dem Hilton Strand in Helsinki. Wir haben für euch frisch gepresste Themen und zwar die EU muss mehr Daten übermittelt bekommen von Fluggesellschaften. Dann haben wir ein Problem bei American Airlines, wo eine Passagierin aus der First Class sagt, sie wurde diskriminiert und zwar aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder Hautfarbe, weil sie die Toilettentür zugeschlagen hat. Schauen wir uns an. Dann haben wir als Thema Starlines, und jetzt zitiere ich, alles eher selbstbezogen, sagt SAS. Man tritt jetzt quasi nach, wo man die SAS zu Skyping rüberschiebt. Schauen wir uns auch an. Wir haben dann eine Tasse Kaffee, die am Flughafen in Spanien serviert wurde und fast tödlich endete. Auch etwas, wovon ich selber noch nie gehört habe, dass so etwas passieren kann, aber ich trinke auch keinen Kaffee. Aber nicht aus diesem Grund. Dann haben wir als Thema 1,4 Millionen US-Dollar gewonnen am Flughafen. Der Kollege ist nicht nach Hause geflogen, das verrate ich soweit schon. Und Lufthansa Lounge, die haben ein neues Konzept, da gibt es Bilder, da gucken wir uns die Webseite an vom Executive Traveller aus Australia. Die haben da Bilder und auch Informationen vom gestrigen Event natürlich bekommen in München. Da werde ich euch auch informieren. Und Austrian Airlines Tarifeinigung. Also, das wäre fast der Mic Drop gewesen. Das Thema ist endlich vom Tisch. Vielleicht erklärt das auch, warum die 787 doch lackiert wird in Austrian Farben. So, ihr seid jetzt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren. Und natürlich auch den Kanal zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft. Und wie immer auch der Aufruf, macht es so, wie einige das machen. Danke Maximilian, danke auch andere, die regelmäßig mir schreiben. Am liebsten mag ich, wenn ihr auf WhatsApp schreibt, ist das an der Lampe? Ja, es ist an der Lampe, da ist die Nummer. Da können wir dann im Dialog sein. Ich habe doch gestern alle abgearbeitet. Also, ich habe alle, alle beantwortet. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Also, ich hoffe nicht. So, dann lasst uns direkt einsteigen in das erste Thema. Und zwar ist das, die Fluggastdaten müssen in der EU jetzt auch mehr übertragen werden. Das heißt also, dass man, um die Sicherheit im Flugverkehr zu gewährleisten und da auch eine neue Stufe an Sicherheit zu bringen, müssen die Passagierdaten übermittelt werden. Und zwar sicherheitsrelevante Daten. Weiter geht es dann, dass die Abgeordneten das entschieden haben in Straßburg, dass die Fluggesellschaften diese Daten schicken müssen, damit man sie gegen die Terror-Datenbase kontrollieren kann. Diese Reform macht das Leben für viele normale Reisende einfacher, aber für Kriminelle schwieriger. So sagte es Assita Kanko. Danach wird gewährleistet, dass die privaten Daten der Menschen geschützt bleiben. Hört, hört. Also, jetzt wollen wir wissen, wofür gilt es und was wird übertragen. Grundsätzlich gelten die Regeln für die Flüge, die außerhalb der EU-Staaten, wie das Parlament mitteilte, zu Zwecken der Strafe folgen können, die nach jedem Tag auch Flüge, die aus einem EU-Land abfliegen, betroffen seien. Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben allerdings noch zustimmen. Aber wie immer bei solchen Themen ist das eher so eine Form, Sache, Folklore oder wie auch immer. Heißt also, da sollte es dann keine Probleme geben. Jetzt fällt mir gerade ein, dass wir das zweite Thema anfangen können. Ich habe nämlich nur schnell geguckt, ob das Mikrofon angeklemmt ist. Ich hatte es irgendwie, ja, wie soll man es sagen, ich hatte Gefühle. So, also, dann geht es weiter mit der Austrian Airlines. Und da hatte ich auch Gefühle, dass das irgendwie so verhärtet die Fronten sind. Und auch das, was man so gezwitschert bekommen hat in den letzten Wochen, war alles andere als Liebe und gefühlvoll. Aber man hat sich jetzt geeinigt, die Austrian Airlines hat sich quasi da geeinigt bei der Tariferhöhung für das Kabinenpersonal. Für die Crews im Cockpit und die Kabine sollen die Gehälter bis Ende 2026 in drei Stufen insgesamt um durchschnittlich 19,4 Prozent steigen. Man muss dazu allerdings auch immer wieder sagen, die Austrian Airlines-Gehälter sind beim Konzern am niedrigsten. Angaben der einzelnen Stufen wurden natürlich nicht gemacht. Es können jedoch weitere 2 Prozent dazukommen. Gehälter von Co-Piloten werden im Schnitt um zusätzliche 11 Prozent angehoben. 19, das ist auch schon mal viel. Die Verhandlung bedeutet für das Bordpersonal der Auer eine deutsche Erhöhung der Gehälter über die Inflationsrate, sagt Daniel Liebhardt. Das ist der Gewerkschafter und ich denke mal, dass die Gewerkschaftsmitglieder dem zustimmen. Da muss erst zugestimmt werden, logischerweise. Aber das ist ja wahrscheinlich auch so eine Formsache, genau wie die UFO ja auch da zugestimmt hat. Was leider auch nur noch eine Formsache ist und das hat da Arko van der Werf sehr, sehr schön gesagt. Die Trennung von der Starlines für die SAS wird sehr emotional für einige Passagiere werden, weil man fliegt dann halt nicht mehr über Frankfurt zum Beispiel, über München weiter, Lufthansa-Gruppe. Man fliegt jetzt halt über Amsterdam, man fliegt jetzt halt über Paris, man fliegt halt im Sky-Team. Und da ist wohl auch so ein bisschen eine Dissonanz entstanden. Und ich hatte auch in Tallinn das Glück, mich mit einigen SAS-Mechanikern zu treffen. Die haben Flugzeuge geparkt in Tallinn zu MAO Magnetics. Die machen die Wartung für die Flugzeuge und da standen übrigens auch Austrian-Maschinen und andere Fluggesellschaften rum. Teilweise über die letzten Jahre, gerade während Corona, waren ja fliege Flugzeuge in Tallinn geparkt. Aber die haben gesagt, sie persönlich finden es schade, dass sie von der Starlines weggehen, weil man sich da einfach dran gewöhnt hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass man, wenn man 27 Jahre quasi verheiratet ist mit etwas, dann gewöhnt man sich dran. Viele kennen ja gar keine andere Fluggesellschaft als SAS und dann Lufthansa, weil sie halt in diesem Verbund fliegen. Und viele von euch haben ja auch den Diamond- oder den Goldstatus bei SAS gemacht, um halt nicht bei der Lufthansa den Starlines-Goldstatus-Vorteil zu verlieren, weil der Senator zu weit weg war und ist. Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt auch bei der Lufthansa vielleicht enttäuscht ist, also von der Lufthansa enttäuscht ist bei SAS, weil man ja jahrelang fragte, ob man gekauft wird. Und das ist das, was die Jungs aus der Technik auch gesagt haben. Ja, also irgendwie hatten wir ja immer das Gefühl, die Lufthansa wollte uns nicht und die haben uns auch nicht ordentlich behandelt. Und man muss dazu sagen, der Grund ist natürlich, die haben 40 Gewerkschaften, über 40 Gewerkschaften. Und wir wissen ja alle, was Gewerkschaften für Probleme für die Lufthansa im Moment verursachen, dass die Lufthansa sagt, haben genug Themen damit. Wir haben da jetzt keinen Bedarf, um noch mehr Probleme ins Haus zu bekommen. Deshalb haben die halt die Übernahme auch nie forciert. Anderes Thema ist natürlich auch, dass SAS zu dem Zeitpunkt drei Länder waren, also Norwegen, Schweden und Dänemark. Dänemark, Norwegen hat sich verlinisiert, Schweden ist sich am verlinisieren. Dänemark sind die einzigen, die das erkannt haben. Was auch meine Privatmeinung ist, dass jedes Land eine funktionierende Fluggesellschaft braucht, um in Krisenzeiten, was ja gerade Corona, Covid gezeigt hat, dass man halt handlungsfähig ist. Istland hat zum Beispiel bei Finnair betteln müssen, dass sie die Flieger zum Beispiel von Shanghai über Helsinki, da die drei, vier Passagiere raus, das Flieger geht nach Tallinn, Ware raus, weil sie selber nicht in der Lage waren, sich die Sachen zu uns zu holen, Masken und so weiter. Also insofern macht eine Fluggesellschaft Sinn. Aber man ist halt bei der SAS in der Umstrukturierung und dann hat natürlich Arko van der Werft, der, und das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, er ist ja ins Sky-Team aufgewachsen. Er ist ja selber, wie der Name ja vermuten lässt, Niederländer. Und da ist es halt wirklich so, dass er gesagt hat, dass das Joint Venture von Air France, KLM, aber auch Delta und auch Virgin, da möchte man beitreten. Das Joint Venture aber von der Star Alliance, da konnte man nicht rein. Da war die Lufthansa drin und die United unter anderem mit der Air Canada. Und so war man halt da ausgeschlossen. Und der Nachteil dafür war halt auch, dass man dadurch halt viele Preiskriege aus Stockholm angefangen hat. Und das ist vielleicht für uns auch das Problem, dass wir Oslo, Stockholm vielleicht als Billigmärkte verlieren werden oder vielleicht als Billigmärkte wieder dazukriegen, weil man jetzt gegen die Sky-Team schießen möchte. Aber ich finde den Satz wirklich, und deshalb habe ich den auch in der Überschrift, ich denke, der wirkliche Nutzen liegt in der gemeinsamen Verwaltungsgewinns für die eine oder andere Weise bei dem Joint Venture. Und der andere Satz ist, den ich spannend fand, ich finde, dass in der Star Alliance alles eher selbstbezogen ist. Und es ist halt wirklich so, ja, Allianzen werden mittlerweile immer mehr selbstbezogen, mehr ichbezogen. Und man sieht ja auch, wie viele Allianzen geschlossen werden mit Fluggesellschaften, die eigentlich gar nicht in der Star Alliance sind. Casa Pacific als Stichwort zum Beispiel bei Lufthansa und so weiter. Also da müsste man halt einfach gucken. Und es wird halt auch einige Langstrecken ab London geben, Entschuldigung, ab Norwegen und Schweden geben. Und eine Änderung ist zum Beispiel auch, wer nach Nuwark geflogen ist mit SAS. Ich bin selber mit SAS aus Nuwark auch mal zurückgeflogen. Eigentlich relativ cool. Ich finde die Kabine schön. Das wird jetzt nach JFK gehen. Ist jetzt kein großer Verlust für den einen oder anderen. Aber JFK ist doch schon durchaus immer wieder problematischer, um in die Stadt zu kommen, je nach Uhrzeit. Und da ist es auch so, dass der Kern des Langstreckenverkehrs wird weiter um Kopenhagen gehen. Logischerweise, Dänemark hat sich da ja auch dann quasi reingekauft, muss man ehrlicherweise sagen. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass die Starlines da eher so ich-bezogen ist. Und ob das irgendwie so die Nestwärme fehlt bei der Starlines, weil da die Leute links und rechts wegbrechen als Fluggesellschaften. Oder ob ihr sagt, nee, das ist einfach, manchmal geht es nach da, manchmal geht es nach da. Die kommen auch wieder, weil sie anfangen zu heulen. Ich glaube es eher nicht, weil die Kapital natürlich gekriegt haben von Air Force Kalen. Wir haben jetzt ein Thema, was ich durchaus auch interessant finde. Und zwar ist das spanischer Flughafen in Sekten verseucht. Und zwar, da ist es so, dass man nicht damit rechnet, wenn man sich da was zieht. Und der Fall ist so, dass eine Dame sich an so einer Maschine, was ich eh auch irgendwie so eklig finde, aber das ist jetzt auch meine Privatmeinung, sich einen Kaffee kaufen kann. Und die hat ihn da gekauft und hat ihn dann getrunken. Und das Ganze war an einem Flughafen von Saint-Jean Airport Nier-Palmar, also Mallorca. Also ein Flughafen auf der Insel und die 21 Jahre alte Dame, die den Kaffee gekauft hat, während ihrer Pause und dann auch angefangen hat, den zu trinken und merkte, dass der so einen merkwürdigen Geschmack hat. Dann würde ich wirklich persönlich auch schon aufhören, direkt zu trinken. Ist so, dass sie dann auch festgestellt hat, dass der Kaffee mit Insekten verseucht ist. Und das Opfer, das hat sofort eine allergische Reaktion bekommen, also einen anaphylaktischen Schock, glaube ich, so nennt man das. Wer von euch da medizinisch bewandert ist, kann das unten reinschreiben. Auf jeden Fall ist es so, dass sie nicht mehr atmen konnte und sie brauchte dann direkt Adrenalin. In Gott sei Dank konnte es gebracht werden. Also daran sieht man halt wirklich, dass man einfach da halt nicht über solche Dinge nachdenkt. Und ich persönlich, ich weiß, warum ich in vielen Gegenden der Welt nur Sachen trinke oder esse, die zu sind. Ganz wichtig, zu, zu, zu. Die Dame war 36 Stunden im Krankenhaus und es ist einfach so, dass sie da natürlich jetzt eine Beschwerde gemacht hat, aber was wir zu machen, das ist halt wirklich so. Also gut, bei 5% der Leute, die halt für sowas allergisch reagieren, ich persönlich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur vor mich hingekotzt, aber da möchte ich jetzt auch nicht zu viel ins Detail gehen. Das hatte ich ja Anfang der Woche. Also insofern, lasst uns den Freitag nicht damit beenden. Womit wir weitermachen, das ist diese Dame hier. Diese Dame hier ist eine First Class Passagierin und zwar von American Airlines und zwar ist sie First Class geflogen. Natürlich, um First Class Passagier zu sein, muss man das tun. Ihr Flug ging, da haben die das gesagt, und zwar von Chicago nach Phoenix. Und sie wollte dann halt am 10. Februar auf die Toilette gehen, ist da auch hingegangen und nachdem sie von der Toilette zurückkam, ist ein Flugbegleiter ihr gefolgt und hat gesagt, dass sie hätte die Toilettentür zugeschlagen. So, also da muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen, okay, bin ich auch schuldig. Ich habe auch schon mal eine Toilettentür zugeschlagen. Und daraufhin wurde ihr verboten, die Toilette zu benutzen und aus erzieherischen Gründen sollte sie die Economy Class Toilette benutzen. Es gibt ja keine Business Class auf den amerikanischen Flügen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt natürlich darüber streiten kann, ob das jetzt ein Verhalten ist, wo man als Flugbegleiter der Dame dann Erziehungsmaßnahmen anwählen soll. Und ihr habt ja selber gesehen, in welchem Alter sie ist. Gut, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, deshalb will ich da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber einmal diese Falttüren, ja, einmal wenn man die aufmacht oder wenn man die zumacht. Manchmal muss man die zuschlagen, damit die auch wirklich zugehen. Ich persönlich mag es auch gar nicht, den Griff anzufassen. Das heißt also, wenn ich von der Flugzeugtoilette komme, ich habe eh was in der Hand, um die Tür zuzuziehen oder zuzumachen. So, das ist das eine. Das andere ist, so what? Ja, also ich meine, das kann mal passieren, dass die Tür einfach zuschlägt, weil die Feder halt so hart eingestellt ist oder was auch immer. Also da so ein Drama zu machen. Aber das Problem ist halt wirklich, dass der Flugbegleiter dann angefangen hat, die Dame zu beraten, wie das so schön heißt. Also da halt wirklich auf sie eingesprochen hat, als ob sie dumm wäre. Und das geht natürlich gar nicht und hat auch dann mit dem Finger auf sie gezeigt. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen merkwürdiger. Und zwar der Flugbegleiter hat dann auch gesagt, ja, die Polizei wartet auf dich, weil du mich angefasst, bedroht hast und so weiter. Und das sind natürlich Sachen, dass das komplett Banane ist. Also wenn man halt dann anfängt, Leuten auch noch zu erklären, was sie getan hätten, was nicht stimmt, nur um dann zu retaliaten, das ist ja dann ganz klar rassistisch motiviert. Da muss man dann der Ehrigkeit halber sagen, Leute, da habt ihr einen an der Mame. Also dann zu sagen, die hat mich geschlagen und das stimmt nicht. Und ich meine, im Notfall habe ich ja die Kabine, die das vielleicht jemand gesehen hat, dass das eben nicht war. Also die Gefahr, dass jemand da dann der Wahrheit zuhilfe, das ist nicht okay. Man muss auch sagen, an dieser Stelle, ich finde das immer schwierig zu beurteilen, weil man war nicht selber dabei. Man kann jetzt sagen, okay, das war nicht so gewesen. Okay, aber wenn man wirklich einfach nur den Sachverhalt nimmt, Toilettentür zugeschlagen, Non-Event, Sackreis. Also da passiert nichts in meinen Augen. Auch hier könnt ihr unten kommentieren, was ihr davon haltet und ob ihr sagt, dass da irgendeine Aktion von Flugpersonal nötig war, da dann irgendwie aktiv zu werden. Und dann auch noch die Geschichte, dass man da dann halt diese Fantasien hatte und die Leute damit konfrontiert hat. Das halte ich auf der einen Seite natürlich für okay, dass man konfrontiert, wenn Probleme da sind und man sollte sie auch ansprechen, aber doch nicht irgendetwas erfinden. Und daran sieht man halt auch, dass Situationen sich eskalieren an Nichtigkeiten. Und ob die Dame jetzt wirklich den Flugbegleiter berührt hat, ich weiß es nicht. Aber ich bin zweifelt, dass die Dame ernsthaft Schaden hätte anrichten können. Also deshalb merkwürdig. Gut, für American Airlines ist es nicht das erste Mal, dass sie Probleme haben mit Rassismusvorwürfen. Das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. 2023 waren es zwei verschiedene. Da war es halt einfach so, dass man einen, ich kannte ihn nicht, aber einen amerikanischen Music Artist, der hat auch einen Complain gelockt. Und dann gab es noch andere von Los Angeles International Airport, wurde jemand gestoppt und gefragt, weil man zwei biracial, also zwei gemixte Kinder hat. Also ich schätze mal zwischen schwarz und weiß oder wie auch immer. Und dann ist es natürlich so, dass es natürlich auch von dem Personal bei American Airlines auch sehr uncool kommt, wenn solche Sachen passieren. Und dann in dieser Häufung, also dann sieht man halt, dass das etwas problematisch ist, wenn so etwas auftaucht. Jetzt haben wir etwas, was natürlich relativ cool ist. Und da hätte ich natürlich gesagt, ja, das mache ich. Für alle die, die das jetzt im Podcast hören, muss ich leider sagen, ihr könnt es nicht sehen. Für alle, die das hier schaut, ihr könnt es sehen. Und zwar Las Vegas Locally auf, was ist denn das hier? Wie heißt denn das? Ist das Twitter? Ist das Ex? Die haben jemanden gehabt, der hat 1.357.950 US-Dollar, ne Quatsch, 1.357.950 US-Dollar, so ist es richtig, gewonnen. Während er auf dem Flughafen gewartet hat und von Las Vegas aus nach Albuquerque. Und der Kollege hat den Flug nicht angetreten, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Nach Albuquerque nach Hause ist gleich wieder spielen gegangen. Aber aus diesen 1,4 Millionen wird relativ wenig, in Anführungsstrichen, aber immer noch viel, wenn man sieht, wie viel das Geld ist. Im Prinzip 50 Prozent müssen an Steuer, glaube ich, abgetreten werden. So habe ich das irgendwie im Gehörgang. Wenn ihr da Bescheid wisst, Mario vielleicht oder sowas, könnt ihr Bescheid sagen. Weil zum Beispiel, wenn man da die Megamillions, jemand gewinnt eine Milliarde, dann steht da eine Auszahlung 498 Millionen oder sowas. Würde ich auch nehmen. Also da habe ich jetzt keine Probleme mit. Nur, dass man das weiß, das ist also jetzt brutto Steuerpflicht. Auch wir, wenn wir aus Deutschland kommen, wir müssten, glaube ich, die Steuern in den USA bezahlen. Ja, weil sie in den USA angefallen ist. Gut, 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 gut. Also, Frage des Tages für euch. Fangt ihr jetzt auch am Automaten zu spielen an? Ist das für Mario eine Chance, dass er mehr Automaten verkaufen kann in Las Vegas? Und natürlich, was wollen wir noch sagen? Viel Glück. Jetzt das letzte Thema. Und das ist natürlich schade, wenn ihr das im Podcast schauen wollt und hören wollt. Das ist das Thema um die neue Lounge. Da habe ich nämlich Bilder. Und die Bilder sind relativ cool. Also, ich gebe euch das mal auch hier aufs Auge. Wo haben wir es? Ich muss erst das richtige Fenster wieder finden. Und ihr wisst ja, dass er mit mir dann immer etwas böse ist. Und dann wieder genau dahin. Aber ich habe es ja gewusst. Und zwar, der Executive Traveller hat hier das Bild, den neuen Look für die Lounge in Nuwak von der Lufthansa gezeigt. Da sieht man halt jetzt sehr schön, ich muss mal wieder runter, Entschuldigung, sorry, sorry, sorry. Da sieht man halt einen sehr schönen Barbereich mit Stühlen. In meinen Augen sehr schön gehalten. Und dann weiter von der Farbstellung her, wenn man das guckt, das ist die, die Bar ist übrigens Horseshoe, also das heißt Hufeisen geformt. Und man hat dann auch private Meetingräume. Und dann ist es so, dass man eine exklusive à la carte Esszimmer hat. Das sagte der Lufthansa CCO Heiko Reitz. Und man hat zwei verschiedene Zonen in der Lounge. Aber warte, ich will das gar nicht wegräumen. Zwei verschiedene in der Lounge. Und zwar sagte er das auf dem A350-Event. Das ist das, was Executive Traveller hier schreibt. Und zwar eine Relaxation Area. Man kann das Wort gar nicht aussprechen. Meeting Home at a very stylish, cool bar. Hier nochmal die Bar. Also die Bar ist schon geil, da kann man nichts zu sagen. Ihr könnt ja unten schreiben, wie ihr das Konzept findet. Das ist auch die Frage des Tages. Es ist auch vor allem ein kompletter Unterschied zu dem, was man jetzt hat. Jetzt ist es ja eher so Klinik-Style in der Lounge. Aber dann geht es halt auch so, dass man hier jetzt viel wärmere Tröne hat. Timber. Was ist Timber für ein Holz? Wer das weiß, kann das unten schreiben. Und dann geht es weiter natürlich mit anderen, mit Bricks, also mit Ziegelsteinen. Von der Farbe her seht ihr, dass das relativ warm ist. Und hier sieht man nochmal die S-Ecke. Und jetzt sagte er auch, wie können wir überrascht werden und wie können wir davon das nochmal übertreffen. Und da muss man natürlich dann der Ehrlichkeit halber sagen, ich denke, dass das natürlich nur ein Teil ist, dass man halt so etwas hier macht mit Sitzecken, Computer und einladenden Interieur, Ambiente, wollte ich sagen. Aber wichtig ist auch, was man dort geboten kriegt an Speisen, dass das solide ist. Ich bin ja persönlich eher ein Freund von solider Hausmannskost als von Shishi. Und damit sind die Bilder auch schon am Ende. Dass das halt etwas ist, was natürlich auf der einen Seite einladend ist, aber auf der anderen Seite auch von der Software, also von den Menschen, die arbeiten, von dem Produkt, die angeboten werden, dort natürlich dann unterstützt oder unterstrichen wird. Ich persönlich muss auch sagen, dass Allegris okay ist, aber was machst du, wenn du Sitze hast? Jeder kann diese Sitze bauen. Ja gut, das sind einige Sachen, die Lufthansa spezifisch sind, die darf man nicht nachbauen. Wir erinnern uns ja mit Air New Zealand, diese Sleeper-Geschichte in der C, die übrigens Lufthansa ja wieder weg hat. Aber wenn der Sitz schlecht ist und das Essen geil, das Service geil ist, dann vergesse ich den Sitz. Umgekehrt kann der Sitz so geil sein, wie er möchte. Wenn der Service bla ist, dann äh. Beispiel ist halt, wie ich Leute hatte, die mit Katta geflogen sind, die hatten Q-Suite und alles, aber die haben es nicht gut gefunden, weil die Crew nicht gut war oder doof war oder wie auch immer. Also insofern hoffen wir, dass das die Hardware das Ganze dann auch zur Geltung bringt. Und Erinnerung nochmal für euch an die Frage des Tages. Das sind ja Fragen mittlerweile. Spielt ihr auch am Automaten am Flughäfen wie Las Vegas? Oder jetzt spätestens, seitdem ihr wisst, dass der Kollege 1,4 Millionen gewonnen hat. Oder die nächste Frage ist natürlich, wie findet ihr das neue Lounge-Konzert der Lufthansa? Oder was sind eure Erwartungen und wie sind eure Erwartungen erfüllt worden mit den Bildern? Seid ihr überrascht worden von dem, was Lufthansa da bietet? Und ich gebe euch jetzt wie immer an dieser Stelle den Abspann. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV. Und ich freue mich und bis morgen wieder in alterne Frische. Bis dann. Ciao. Oh, hier. Oh, hier.